Hi, passend zum Thema ISO Layout und der deutschen Keyboard Community wollte ich heute mal ein kurzes Video zu dem Thema Coiled Cables machen. Denn wie wahrscheinlich viele schon im ersten Video gesehen haben, habe ich eins von denen und zwar ein echt sehr sehr schönes, was ich glücklicherweise bei einem Giveaway gewonnen habe. Und zwar ist das von der deutschen Kabelmanufaktur Key Cables aus Koblenz. Ja und gleich nach dem Auspacken, nach einem super coolen Unboxing Erlebnis für so eine kleine Firma, wurde ich echt von der Qualität von diesem Kabel überrascht. Ich hatte vorher eins, was ich auf Ebay irgendwo gekauft habe und das hier war wirklich Next Level allein vom Sleeving her. Das sieht einfach nur ziemlich ziemlich geil aus und wie man sieht, kann man das auch irgendwie echt in vielen verschiedenen Formen und Arten nutzen, je nachdem wie man es halt eben gerne hätte. Und so wie es jetzt gerade bei mir liegt, gefällt mir das echt total gut. Die Preisspanne für die Kabel ist natürlich ein bisschen höher angesetzt, da es ja A made in Germany ist und auch alles tatsächlich Unikate sind. Ihr habt ganz viele Möglichkeiten auf der Webseite euer Kabel zu personalisieren und es dann eventuell eurem Board oder eurem Keycap Set anzupassen. Was ich finde einfach eine geniale Möglichkeit ist, irgendwie dem Ganzen noch einen kleinen Akzent zu setzen. Man muss sich natürlich bewusst sein, es ist jetzt nicht irgendwie nötig, man braucht es nicht unbedingt. Das ist eher sowas, wenn man jetzt schon ein schönes Board hat, dann kann man sich das eben noch dazu kaufen. Zum Thema Coil Cables muss man auch nicht wirklich viel sagen, da sie ja eigentlich mehr für eine Ästhetik da sind und nicht wirklich einen aktiven Nutzen erfüllen. Das sind einfach geringelte Kabel, die nochmal mit einem Sleeving versetzt sind, damit sie einfach ein bisschen schöner aussehen und oft dann auch nochmal so einen Aviator Connector haben. Das ist dieses silberne Ding, was man auch noch von alten Tastaturen kennt. Und das ist halt so eine schöne Retro-Optik, die man dann in seinem ganzen Setup damit versetzen kann. Und mir persönlich gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Ja und viel mehr gibt es zu dem Thema eigentlich auch gar nicht zu sagen. Unterstützt gerne den Channel, wenn ihr wollt und bis zum nächsten Mal.